Montague Rhodes James Mittsommernacht auf Eatons Spielfeldern Es war schon spät an diesem milden Abend. Ich hatte nicht weit von der Sheepsbridge Halt gemacht und dachte gerade über die Stille nach, die nur vom Rauschen des Stauwehrs durchbrochen wurde, als mich ein lauter, ängstlicher Eulenschrei unmittelbar über mir zusammenzucken ließ. Es ist immer ärgerlich, wenn einen irgendetwas erschreckt, aber für Eulen habe ich viel übrig. Diese hier befand sich offensichtlich ganz in meiner Nähe. Als ich nach ihr Ausschau hielt, entdeckte ich sie. Aufgeplustert saß sie etwa zwölf Fuß über mir auf einem Ast. Ich deutete mit meinem Spazierstock auf sie und fragte, warst du das eben? »Lass das da fallen«, erwiderte die Eule. »Ich weiß zwar, dass es nur ein Stock ist, aber ich mag ihn nicht.« »Ja, natürlich war ich das. Wer denn sonst?« Ich spare es mir, an dieser Stelle ausführlich zu schildern, wie verblüfft ich über die Antwort der Eule in meiner Sprache war. Jedenfalls senkte ich unverzüglich den Stock. »Wieso wunderst du dich?«, fragte die Eule. »Was erwartest du denn, wenn du in einer Mittsommernacht wie dieser hierher kommst?« »Entschuldige, ich hätte an das Datum denken sollen. Darf ich dir sagen, wie glücklich ich mich schätze, dich gerade heute Abend hier anzutreffen?« »Ich hoffe, du hast Zeit für ein Schwätzchen.« »Na ja«, erwiderte die Eule recht ungnädig. »Ich weiß ja nicht, was an dieser Nacht so besonders sein soll, aber zufällig habe ich mein Nachtessen schon hinter mir. Und wenn du nicht allzu lange bleibst...« Plötzlich schrie sie laut auf, schlug heftig mit den Flügeln, beugte sich vor, klammerte sich fest an ihren Ast und hörte nicht auf zu kreischen. Eindeutig zehrte irgendetwas in ihrem Rücken an ihr. Als das Zerren plötzlich nachließ, wäre die Eule fast vom Ast gefallen. Mit gesträubtem Gefieder fuhr sie herum und versetzte einem Lebewesen, das ich nicht sehen konnte, einen bösen Hieb. »Oh, das tut mir wirklich leid«, sagte eine leise, klare Stimme, »dabei habe ich doch darauf geachtet, nur eine zu nehmen, die sowieso schon gelockert war. Ich hoffe, ich habe dir nicht wehgetan.« »Nicht wehgetan«, gab die Eule grimmig zurück, »selbstverständlich hast du mir wehgetan. Und das weißt du auch, du junges Ding, das vor nichts und niemandem Respekt hat. Die Feder war genauso wenig lose wie, »oh, wart nur, bis ich dich erwische. Fast hättest du mich völlig aus dem Gleichgewicht gebracht. Wieso könnt ihr einen nicht mal zwei Minuten friedlich sitzen lassen, ohne euch anzuschleichen und...« »Ach ja? Jedenfalls hast du es diesmal getan. Ich werde mich unverzüglich bei der Hauptverwaltung beschweren und...« Plötzlich stellte die Eule fest, daß sie mit der leeren Luft redete. »Meine Güte, wohin bist du denn jetzt verschwunden? Ihr treibt es wirklich zu bunt.« »Du liebe Zeit«, sagte ich, »leider ist es wohl nicht das erste Mal, daß man dich so ärgert wie... Darf ich fragen, was genau passiert ist?« »Ja, darfst du«, erwiderte die Eule und sah sich weiterhin nach dem Störenfried um. »Nur würde ich bis Ende nächster Woche brauchen, dir das zu erzählen. Man stelle sich nur vor, daß jeder, das täte, sich anschleichen und irgendjemanden die Schwanzfedern herausreißen. Hat mir wirklich sehr wehgetan. Und was soll das überhaupt, würde ich gern wissen. Sag schon, was bezweckt irgendjemand damit?« Mir fiel darauf nichts anderes ein, als etwas aus Shakespeare's Komödie »Ein Sommernachtstraum« vor mich hin zu murmeln. »Ihr endlich sollt den Kauz, der nächtlich kreischt und über unsere schmucken Geister staunt, von uns verscheuchen.« Ich hätte nicht gedacht, daß die Eule das Zitat erkennen würde, aber sie erwiderte mit scharfer Stimme, »Was soll das? Nein, du brauchst es nicht zu wiederholen, ich hab's gehört. Und ich kann dir auch verraten, was die Triebfeder für so was ist. Laß dir das gesagt sein.« Sie beugte sich zu mir vor und raunte, wobei sie mit dem runden Kopf mehrmals nickte, »Stolz und Hochmut, haltet Abstand zu unserer Elfenkönigin!« Letzteres sagte sie in einem Ton bitterer Verachtung. »Oh nein, wir sind nicht gut genug für ihresgleichen, wir, die seit undenklichen Zeiten als die besten Sänger in diesen Gefehlten gelten. Stimmt's?« »Na ja,« erwiderte ich und ließ Skepsis durchblicken, »ich höre Euch ja sehr gerne zu, aber weißt Du, manche Leute denken bei guten Sängern eher an die Singdrosseln und Nachtigallen. Davon hast Du doch sicher gehört.« »Ich kann es natürlich nicht mit Gewißheit sagen, aber es könnte auch sein, daß Eure Art zu singen nach deren Meinung nicht besonders gut zu ihren Tänzen passt, oder?« »Das will ich auch nicht hoffen,« die Eule richtete sich auf, »unsere Familie hat Tanzwünschen nie nachgegeben und wird es auch nie tun.« »Meine Güte, was denkst Du Dir denn dabei?« fuhr sie mit wachsendem Zorn fort. »Das wäre ja noch schöner, wenn ich mich zu denen setzen und Geräusche wie bei einem Schluckauf von mir geben würde, zur Unterhaltung all dieser...« Sie blickte vorsichtig in alle Richtungen und fuhr dann mit lauterer Stimme fort, »all dieser vornehmen kleinen Damen und Herren, wenn die mit mir nichts zu tun haben wollen, dann ich schon gar nichts mit denen.« Schon wieder geriet sie in Wut. »Und wenn sie von mir erwarten, daß ich nie ein Wort darüber verliere, wie sie durch die Gegend tanzen und herumalbern, haben sie sich schwer in mir getäuscht. Und das werde ich denen auch sagen.« Wegen dem, was vorher geschehen war, fürchtete ich unüberlegt, ein heikles Thema angeschnitten zu haben, das schlimme Folgen für die Eule haben konnte. Und ich hatte Recht damit. Kaum hatte sie ein letztes Mal nachdrücklich genickt, ließen sich vier winzige, zarte Gestalten von einem oberen Zweig fallen und warfen im Handumdrehen ein aus Gräsern geflochtenes Seil um den Körper der unglückseligen Eule. Laut protestierend wurde sie durch die Lüfte in Richtung des Fellows Pond davongetragen. Als ich hinübereilte, hörte ich Spritzer, ein Gurgeln und herzloses, lautes Gelächter. Gleich darauf schoss etwas über meinen Kopf hinweg, und als ich von der Böschung aus zum aufgewühlten Tümpel hinüberspähte, sah ich dort eine sehr zornige und zerzauste Eule schwerfällig das Ufer hinaufstapfen. Kurz vor meinen Füßen machte sie Halt, schüttelte sich, schlug mit den Flügeln und zischte mehrere Minuten lang. Welche Ausdrücke dabei fielen, möchte ich hier lieber nicht wiederholen. Sie funkelte mich böse an und sagte schließlich, mit so großer, mühsam unterdrückter Wut, dass ich hastig ein paar Schritte zurückwich. »Hast du das gehört? Die haben behauptet, es täte ihnen sehr leid, aber sie hätten mich irrtümlich für eine Ente gehalten. Oh, wer würde da nicht fast platzen vor Wut und am liebsten alle und alles ringsum in der Luft zerfetzen!« Die Wut ging so mit ihr durch, dass sie gleich mit dem Zerfetzen begann und mit dem Schnabel ein ganzes Grasbüschel aus dem Boden riß. Leider geriet er ihr in den Rachen. Daraufhin musste sie so würgen, dass ich wirklich Angst bekam, ihr würde eine Ader platzen. Doch die Eule überwand den Erstickungsanfall und setzte sich, blinzelnd und außer Atem, aber unversehrt, wieder auf. Es schien mir zwar angemessen, ihr auf irgendeine Weise mein Mitgefühl auszudrücken, doch ich hielt mich zurück. Ich fürchtete nämlich, die Eule könne in ihrer derzeitigen Gemütsverfassung jeden noch so gut gemeinten Satz als neuerliche Beleidigung auffassen. Also blieben wir eine sehr peinliche Minute lang nur voreinander stehen und sahen uns wortlos an, bis etwas unser Schweigen durchbrach. Zuerst das leise Schlagen einer Uhr im Ager-Pavillon des Eton College. Danach der tiefere Ton der Glocke im Schlosshof, gefolgt von der Glocke des nahen Lappentower des College, die das Glockenspiel des Curfew Tower übertönte. »Was soll das bedeuten?« fragte die Eule plötzlich mit heiserer Stimme. »Ich glaube, es schlägt Mitternacht.« Ich blickte auf meine Uhr. »Mitternacht?« rief die Eule, offensichtlich höchst erschrocken. »Und ich zu nass, um überhaupt vom Boden abzuheben. Nimm mich auf den Arm und setz mich in einem Baum ab. Wehe, wenn nicht. Dann klettere ich an deinem Bein hoch, und das willst du dann bestimmt nicht ein zweites Mal erleben. Beeil dich!« Ich gehorchte. »Auf welchen Baum möchtest du?« »Meine Güte! Natürlich auf meinen Baum! Auf den da drüben!« Die Eule deutete mit dem Kopf auf die Mauer, an der jedes Jahr das berühmte Eton-Wall-Game ausgetragen wurde. »Also gut. Du meinst also diese ausgehüllte Ulme, die bei den Spielen als Zielpfosten dient?« fragte ich und rannte los. »Wie soll ich wissen, wozu sie irgendwem bei irgendetwas dient?« »Ich meine jedenfalls den Baum, der so was wie einen Eingang hat.« »Schneller, schneller!« »In einer Minute sind die hier.« »Wer ist dann hier?« fragte ich im Laufen, das nasse Geschöpf fest an mich gedrückt und voller Angst, ich könnte im hohen Gras stolpern und mit der Eule zu Boden fallen. »Das wirst du noch früh genug sehen,« gab dieser selbstsüchtige Vogel zurück. »Setz mich nur auf den Baum ab, dann komme ich schon allein zurecht.« Und so war es wohl auch, denn nachdem die Eule sehr schnell und mit ausgebreiteten Flügeln den Baumstamm hochstolziert war, verschwand sie ohne irgendein Wort des Dankes in einer Höhle und ward nicht mehr gesehen. Mit mulmigem Gefühl blickte ich mich um. Zum dritten und letzten Mal wiederholte das Glockenspiel des Curfew-Tower das Davidslied, »Die Vertonung des ersten Psalms«, doch alle anderen Glocken hatten bereits gesagt, was sie zu sagen hatten. Jetzt herrschte Stille, die nur gelegentlich vom Rauschen des ruhelosen, sich ständig wandelnden Stauwehrs, wie William Morris es ausgedrückt hat, durchbrochen wurde. Nein, falsch. Dieses Rauschen hob diese Stille sogar erst recht ins Bewusstsein. Wieso hatte es die Eule so eilig gehabt, ihr Versteck zu erreichen? Diese Frage beschäftigte mich jetzt natürlich. Wer oder was auch immer hier erscheinen würde, ich war mir sicher, dass ich jetzt besser nicht offenes Gelände überquerte. Am besten, ich machte mich unsichtbar und versteckte mich auf der im Dunkeln liegenden Seite des Baumes. Und genau das tat ich gleich darauf. All dieses ereignete sich vor einigen Jahren, ehe 1916 in Großbritannien die Sommerzeit eingeführt wurde, die Uhren eine Stunde vorgestellt und das Mitternachtsläuten in Wirklichkeit um ein Uhr morgens ertönte, was Elfen und Geister der Luft verwirrt haben mag. Immer noch gehe ich spätabends gelegentlich zu Itens Spielfeldern hinüber, doch jedes Mal kehre ich vor der wahren Mitternacht, nach der neuen Sommerzeit ist das vor elf Uhr abends, zurück. Und inzwischen habe ich festgestellt, dass ich mich nach Einbruch der Dunkelheit nicht gern in einer Menschenmenge aufhalte, wie sie sich etwa am 4. Juni an dem Geburtstag George III. in Iten am Fluß versammelt, um von dort aus dem großen Feuerwerk zuzuschauen. Denn dort sieht man, nein, sie vermutlich nicht, ich aber sehr wohl, so neugierige Gesichter. Und die Geschöpfe, denen sie gehören, huschen auf so sonderbare Weise an einem vorbei. Oft hängen sie einem am Ellbogen, wenn man es am wenigsten erwartet, und blicken einem direkt ins Gesicht, so als suchten sie jemanden, jemanden, der dankbar dafür sein mag, wenn sie ihn nicht finden. Woher sie kommen, möchten sie wissen? Gute Frage. Einige, glaube ich, aus dem Wasser, und andere aus dem Boden. Jedenfalls sehen sie so aus. Und jedenfalls bin ich mir sicher, dass es am besten ist, sie nicht zu beachten. Schon gar nicht sollte man sie berühren. Ja, die Menschen, die sich bei Tageslicht auf den Spielfeldern Itens tummeln, sind mir allemal lieber als die Geschöpfe, die dort nach Einbruch der Dunkelheit auftauchen.